Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man so ein Osterei zum Aufhängen fertig macht. Dazu benötigen wir ein zusammengesetztes Lohmrahmen, zwei Farben von Gummiringen und eine Häkelnadel. Zuerst bereiten wir so einen Lohmrahmen vor, bestehend aus fünf Reihen, die verbinden wir dann kreuz und quer miteinander. So, um besser erklären zu können, habe ich mir gedacht, mache ich wie bei dem Schachbrett. Die Reihen von links nach rechts habe ich mit Buchstaben benannt. A, B, C, D und E. Und die Reihen von unten nach oben mit Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also, zum Beispiel unten ist A1 und so weiter. Der Stift höher ist B. So, den Rand machen wir blau. Wir fangen mit dem Stift C1 an, nehmen zwei blaue Gummiringe und verbinden C1 mit E2. Jetzt wieder zwei blaue Gummiringe. Für den Rand benutzen wir immer doppelt die Gummiringe und verbinden damit D2 mit E3. Wieder zwei Gummiringe. E3 mit E4. Wieder zwei Gummiringe. E4 mit E5. So, jetzt ist E5 und D6 dran. Jetzt D6 und C7. jetzt C7 und B6. B6 und A5. A5 und A4. A4 und A3. A3 und B2. Und B2 und C1. So, den Rand haben wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir das Innenteil von dem Ei machen. Jetzt machen wir das Innenteil. Fangen wieder bei C1 an. Verbinden C1 und C2 mit einem blauen Gummiring. Dann wieder einen blauen Gummiring und verbinden C2 mit C3. Jetzt ist ein rosa Gummiring 3 dran. C3 mit C4 verbinden wir. So, jetzt ist D2 mit D3 dran. Mit blauen Gummiring. Jetzt ist I3 mit D3 dran. Verbinden wir mit C4. Verbinden C4 ist immer die Mitte. Das wird die Mitte der Blume sein. Verbinden wir wieder D3 mit C4. Wir verbinden immer im Uhrzeigersinn und gegen die Mitte. Jetzt ist wieder blau dran. Und die Stifte E4 und D4. Das rosa D4 und C4. Jetzt ist wieder blau dran. E5 und D5. Und jetzt ist D5 und D6 dran. Mit blauem Gummiring. Und mit rosa Gummiring. Und mit rosa Gummiring. C4 und D5. So, jetzt ist C7 und C6 dran. Mit blauem Gummiring. Wieder blau. Wieder blau. C6 und C5. Und bei rosa ist C5 und C4. Jetzt ist B6 und B5 dran. Mit blauem Gummiring. B5 und A5. Jetzt ist wieder blau dran. B5 und A5. Und jetzt ist rosa Gummiring. B5 und C4. Jetzt ist blau dran. Bei A4 und B4. Und mit dem rosa Gummiring verbinden wir B4 und C4. Jetzt ist wieder blau dran. A3 und B3. Jetzt ist B2 und B3 dran. Und mit dem rosa Gummiring. Der letzte Ring für B3 und C4. Jetzt müssen wir noch ein Gummiring in die Mitte legen. Dreimal um den Stift C4 wickeln. Dazu nehmen wir einen blauen Gummiring. Und wickeln wir dreimal um den Stift C4. Jetzt können wir anfangen abzulumnen. So jetzt fangen wir in der Mitte an abzulumnen. Als erstes ist dieser Gummiring den wir als letztes drauf aufgespannt haben. Wir gehen in die Mitte rein. Durch die drei blauen Gummiringe. Also durch den Gummiring den wir dreimal um den Stift gewickelt haben. Nehmen den rosa Gummiring. Ziehen den um den Stift herum. Und legen den auf den Stift B3. Also wir legen den Gummiring immer auf den Stift. Woher der Gummiring kommt. Jetzt nehmen wir diesen Gummiring. Und legen den auf diesen Stift durch die Mitte rein. Bei dem B3. Diesen Gummiring nehmen. Und auf den B2 auflegen. Da ist dieser Gummiring dran. Da bilden sich solche Tropfen. So jetzt ist wieder die Mitte dran. Wir blumen immer im Gegenohrzeigesink. Und zum Rand ab. Jetzt wieder der rosa dran. Gehen bei dem Stift C4 in die Mitte mit der Nadel rein. Nehmen den rosa Gummiring. Blumen den ab. Und jetzt ist dieser Gummiring dran. Genau in die Mitte rein. Den blauen nehmen. Und zum Rand ziehen. So jetzt ist dieser rosa dran. Der blaue Gummiring. Dann haben wir das am Rand abgelegt. Jetzt ist wieder die Mitte dran. Jetzt ist dieser Ring dran. Der blaue Gummiring. Der blaue Gummiring. Und dann ist der blaue Gummiring. Und dann ist der blaue Gummiring. der blaue Gummiring. Von der Mitte ab. Von der Mitte aus. Jetzt ist dieser Gummiring dran. Und dann ist dieser Gummiring. Und dann ist dieser Gummiring. Und dann ist der nächste rosa Gummiring dran. Und dann ist der blaue Gummiring. 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 Jetzt ziehen wir den ab. Immer durch die Mitte rein. Jetzt ist die letzte Reihe dran, jetzt ist dieser Rose dran. Jetzt durch die Mitte rein diesen blauen abziehen und jetzt diesen blauen. Man kann die auch ein bisschen festhalten, damit sie nicht abspringen da oben. So, jetzt haben wir die Mitte fertig abgelungen, jetzt ist der Rahmen dran. Der war doppelt, das heißt wir müssen auch doppelte rausziehen. Als erstes wickeln wir wieder einen Gummiring, einen blauen Gummiring dreimal auf den Stift. Jetzt versuchen wir diesen Gummiring durch die Mitte hochzuziehen und da abzulegen. Das ist nicht der unterste, der unterste ist dieser hier. Den lassen wir noch drauf, gehen durch die Mitte rein. Der ist doppelt, also wir nehmen zwei Gummiringe. Den nach, ziehen den hoch und legen den auf dem Stift bei zwei ab. Jetzt ist dieser Gummiring dran, durch die Mitte rein diese zwei Gummiringe nehmen und auf dem nächsten Stift vom Rand abzulegen. Jetzt ist dieser Gummiring dran, durch die Mitte rein, zwei hochziehen und auf dem nächsten Stift abzulegen. Jetzt ist dieser Rhein dran. Jetzt ist dieser Rhein dran, jetzt ziehen wir diesen Gummiring ab. Jetzt drehe ich das mal um, damit ihr besser sehen könnt. Jetzt ziehen wir den da ab. Also einen nach dem anderen gegen den Uhrzeigersinn auf den nächsten Stift dann auflegen. Und jetzt ziehen wir den da ab. Und hier ist die Runde. Und jetzt ist der letzte dran, dieser Gummiring. Die sind immer doppelt, immer 2 hochziehen. So, jetzt haben wir unser Osterei fast fertig. Wir müssen nur noch Henkel machen, damit wir das irgendwo aufhängen können. Wenn ihr das nicht braucht, dann könnt ihr das jetzt schon abschließen. Ich zeige euch noch, wie man diesen Henkel macht. Dazu nehmen wir blauen Gummiring, gehen bei dem C1, wo jetzt alle Gummiringe drauf sind, rein. Ziehen den Gummiring durch. Komplett durch die Mitte. Dann sind im Prinzip alle Gummiringe so miteinander verbunden. Legen die andere Seite auf die Nadel drauf. Wenn ihr den Henkel nicht braucht, dann müsst ihr das nur so festziehen. Wir wollen aber noch Henkel machen. Deswegen machen wir noch ein Blauen dadurch. Machen wir abwechselnd jetzt blau und rosa. Die Länge, die wir brauchen. Jetzt haben wir acht rosa Gummiringe durchgenommen. Jetzt am Ende machen wir wieder zwei blaue. Gehen wieder in die Mitte rein. Ziehen da nochmal blauen Gummiringen durch. Dann ziehen wir die linke Schlinge durch die Mitte zu befestigen. Dann ziehen wir den durch die zwei Schlingen. Und jetzt ziehen wir diese Schlinge durch diese. Und ein bisschen fester ziehen. Damit es sich verhackt. Und dann können wir unser Osterei abziehen. Vorsichtig, dass nichts reißt. Jetzt ziehen wir das Ei noch ein bisschen zurecht. Wir müssen dieses Teil jetzt nur noch verstecken. Das ist hier. Und dann ziehen wir das Armaen hin und hier. Fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.